so hallo und herzlich willkommen ja was spielen wir hier heute anno 2070 und ja ich sag wir denn ich bin diesmal nicht alleine hallo mit mir dabei ist heute ja king louis 2003 schön ich werde dich aber mal einfach louis nennen weiterhin ja ist auch gut so ja ja okay wollen wir kurz was sagen was wir machen wir spielen jetzt anno 2070 wir machen eine kleine competition und zwar haben wir als siegbedingung dass derjenige gewonnen hat der zuerst den ersten executive hat also die höchste kategorie von denen genau die höchste arbeiterstufe da ein kleiner wettlauf mal gucken wer schneller ist ich bin team öko trust öko trust global trust ich bin ihnen nicht grün gegen grau wunderschöne natur gegen zerstörung obwohl obwohl wir eigentlich am anfang erstmal ein bisschen zusammenarbeiten ja bist du bereit ich drück mal start ok ja wie man sieht fangen wir direkt mit insel an es gäbe aber auch die alternative mit schiff anzufangen aber so ist ok plan okay fangen wir mal an hier erst mal einen kondor richten ich weiß nicht soll man das ist das spiel nebenbei noch ein bisschen erklären für die das spiel nicht kennen wäre vielleicht gar nicht so schlecht wäre vielleicht gar nicht so schlecht wäre vielleicht gar nicht so schlecht dass man ein achievement bekommen ernsthaft was hast du gemacht frärii so ne der wanzler wanzler keine ahnung keine ahnung wie man das ausspricht tut mir leid ok hm wie viele mache ich denn hier ach komm wir mal hier hauen wir mal hier voll rein hier zack wäre ich mit wohnhäusern dann hier ach ja ich sollte wohnhäuser bauen du hast recht was hast du nur rein gott was hab ich denn hier für eine komische insel ist irgendwie kein schöner platz hier müsste ich die stadt hin machen das wäre glaube ich schöner dann muss ich aber auch erst mal hier hinter so ist glaube ich ganz nett so vom platz her das könnte passen also was mache ich hier gerade ich baue hier ein stadtzentrum das ist das grundgebäude was die wohnhäuser brauchen das stillt das bedürfnis nach gemeinschaft ja der grundstein für jede stadt so zu sagen was hab ich denn hier lang geküsse ich hin ach so er um so ach so ich hab was vergessen ich muss natürlich auch hier so teile hier hin bauen so ich hole mir erst mal ein kommandoschiff äh ja ich hab auch gerade die meldung bekommen und das ist aber nett ich wohne mir erst mal ein schiff gekauft kommandoschiff sind wichtig ja ich hab noch nicht mal ein mensch aber schon mal ein schiff gekauft und so ja ist ganz hilfreich so jetzt gucken wir mal natürlich ist mein bergwerk geworden wohnhäuser so jetzt haben wir hier wohnhäuser die sehen so aus und äh hier kann man jetzt steuern einstellen dunkelgrün ist wenig hellgrün ist ein bisschen mehr und ab gelb sind sie aber unglücklich sollte ich vielleicht auch mal auf hellgrün stellen aber nur wenn es auf dunkelgrün ist dann sind sie so glücklich dass sie sich unter Umständen auch ausbauen wollen aber ausbauen kann man wieder dann nur noch wenn man genug Ressourcen hat wie essen und trinken genau und vor allem wenn sie hier diese ganzen Bedürfnisse genau das muss halt alles erfüllt sein Essen, Community, Trinken, Aktivität zum Beispiel wenn man jetzt zum Beispiel eine Sache nicht erfüllt dann sind die unglücklich und man verdient weniger Geld und das geht dann bis in den Minusbau mit weniger Geld verdienen kennst du dich ja aus ja da kenn ich mich leider aus ich hab grad schon wieder so ein kleines Problem wobei ich seh grad ich bin jetzt auch bei minus 70 ich bin bei minus 51 Läuft Läuft von mir Was ist denn hier los? Energy Shortage? Stimmt doch gar nicht ich hab doch mittlerweile wieder Energie So, weil ich grad mal nichts zu tun hab guck ich mal zu dir rüber Ne, ne, schaust du mir meine Pläne ab und übernimmst sie dann nur damit du gewinnst Genau Nein Ich will mir nur mal angucken wie du deine Häuser errichtest auf jeden Fall sehr elegant So, wenn du schon so anfängst dann mach ich das bei dir auch mal Aha, man sieht direkt Global Trust der rotzt erstmal alle Bäume weg Alles weg roden Aber dein Insel ist cool, du hast hier so eine Felswand mit ganz vielen Minenplätzen Das ist cool, du hast die so alle beieinander Aber Das ist schön Bei Global Trust braucht man eigentlich gar keine Minen weil man alles auch in solchen Baggern herstellen kann Du schraubst alles aus der Erde raus Genau Scheiß auf Umwelt Deswegen ist Minen eigentlich bei mir nicht so wichtig Und ich lass mir vielleicht erstmal ein bisschen Bauzellen liefern Aha Ja Wir sind vorankommen hier Ja das stimmt, das ist am Anfang gar keine schlechte Idee Ich will 2040 Tonnen Bau sein Komm, wenn du schon mit solchen Mitteln arbeitest, dann mach ich das auch Was will er? Wir scheitern zur Gännis Achso, ja der Leon Moreau hat sich gefreut, dass ich einen Windpark gebaut hab Wie so ein Windrad Ja wir haben übrigens auch Mitspieler, NPC Mitspieler Natürlich Ne Zum Beispiel Leon Moreau Der Leon Na Was hat der hier? Ach kann man bei dem diese Teile kaufen oder was? Wie jetzt bei dem die Teile kaufen? Hier ist bei diesem Ozongenerator, die der auf seiner Insel hat, ist irgendwie so ein Geldzeichen drüber Es sieht aus, als könnte man die kaufen und dann wird die Insel grün Wenn man das will Oh, der hat hier so einen Edenformer drauf Oh, der hat hier so einen Edenformer drauf Woh Der hat einen Edenformer auf seiner Insel Krass Krass Das ist jetzt, das ist jetzt schon wieder Größer Rotz hier Und hier oben Hier oben ist ein Hier ist so ein Zerstörtes Atomreaktor-Ding auf der Insel oben rechts von dir Schon wieder? Hatten wir nicht schon mal eins? Ja, das hatten wir ganz viele das letzte Mal Ja, das hatten wir ganz viele das letzte Mal Und die Tilda hat sich alle geholt Ja Die natürlich mit der Jede Insel von der die sich geholt hat, war irgendwas schlechtes drauf Die natürlich eigentlich mit der Ökobilanz im Fuß stehen müsste Ja, die ist auch Edeninitiative Edeninitiative Und die holt sich einfach die Inseln, die am meisten versorgt sind Ja, genau Ja, wahrscheinlich die ist halt so für die Natur, dass sie einfach die kaputten Inseln versucht ganz zu machen Übrigens, die Insel links von dir ist auch mit einer abgestürzten Rakete Hat also auch ganz viel Minus Was? Die Insel links von dir hat abgestürzte Rakete Ganz viel Minus Ja, warum hat meine keine abgestürzte Rakete, Alter? Ist viel besser für mich Na gut, besser würde ich das jetzt nicht nennen Okay Deine Leute juckt's halt einfach nicht Schau mal, Minus X20 Ökobilanz, Alter Richtig geil Erstmal spiele ich eine Naturosenfabrik herstellen So, jetzt habe ich hier erstmal Beton Ich brauche ganz viel Getränke Und, bist du schon Plus? Nee Ja, das ist aber tragisch Das geht eher immer weiter ins Minus Für mich geht's immer weiter ins Plus Manchmal Jetzt gerade Minus, weil ich ein bisschen auf Nahrung gehe und sowas Hm Ich brauche mal Bauzellen Moor Bauzellen In unser Haus Okay, warte, ich brauche hier mal Also ich bin nicht so der, der mit Taktikbauer Ich baue eher Einfach drauf los Joa, das ist bei mir etwas anders Das mache ich gerne Deswegen kann es sein, dass ich manchmal öfters was Ich bin lieber der, der schön plant Oh, abreißen wir uns Ja, ich plane immer schön Weißt du, ich weiß jetzt schon, wie meine Stadt am Ende aussehen wird Ja Und dass ich alles immer voraus planen, ist ja grässlich Ja, grässlich, ja ganz schlimm Ach, meine Bestellung ist eingetroffen Aber wenn man dann damit halt auch gewinnt, ja, dann ist das nicht mehr so grässlich Ja, man gewinnt aber nun Man gewinnt aber nicht gut und Ah, das werden wir ja sehen Eine Bestellung ist auf jeden Fall eingetroffen Sehr gut So, wie viele Menschen brauchen wir denn für die höchste 144 144 Na, okay, das passt Für die höchste Stufe braucht er 144 Also für das, nein, 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 für das letzte Gebäude von der ersten Stufe Von den ersten Arbeitern da Diese Konzerthalle Da brauchst du 140 für Also mit 144 Arbeitern hast du alle Gebäude Ach so, ja, ich weiß gar nicht, ob das bei dir anders ist Es müsste aber eigentlich gleich sein Ja, nein, ich bin doch, ähm, Ding Ja, ja, aber die Anforderungen müssten doch gleich sein Ja, Anforderungen sind gleich, aber ich meine jetzt nur Aber ich meine, dass du andere Gebäude hast, ist mir klar, ja Ja, das ist schön, dass dir klar ist Ja, das ist ja, also, ne So, jetzt wollen wir mal anfangen mit Tee hier Und zwar will ich, ähm Die Teeplantagen Ja, die Teeplantagen, genau Irgendwie so So, ist natürlich hier immer mal lückenfrei für die Casinos dann Jetzt gucken wir mal 1, 2, 3, 4 Damit die Casinos schön reinpassen 1, 2, 3, 4 Und hier Jetzt muss ich eigentlich nochmal gucken, dass ich in Plus komme Bestimmt, wenn's deine Kinder noch besser haben als du Da müssten wir, ja, natürlich Ne, soll ich irgendwas, ach ne Ich glaube, ich hab zu wenig Getränke Ja, ich glaube, so müsste das passen Ja, bei mir sind Getränke mangelhaft Mangelhaar Nein, das passt nicht Nein, das passt nicht, ich hab vergessen, dass hier so ein Ding ins ist Da vergesst du mal gern mal was Ah, Mist, ey, da passt das nicht hin hier Hm, das ist natürlich blöd jetzt Hier müsste eigentlich noch ein so ein Teefeld hin Das heißt Ich muss das ganze Ding nochmal umbauen Ja, das Depot muss leider weg Äh, ich mach das mal Guck dann gleich nochmal zu dir hoch, weil ich erstmal wieder abwarten muss Also ich bin eigentlich überall im Plus Ich mach das mal zwei Felder weiter rüber, dann müsste es passen So, dann bist du Warum ist das so ne Einserlücke? Ach, das hast du weggemacht So, jetzt kann ich hier ein Cassino bomben Das Problem ist, ich komm dann aber nicht mehr an den Minenplatz da ran So, genau, die Cassino sind perfekt hier reingepasst Wobei, da muss dann halt so hier irgendwie ein Weg gehen Ja, das passt, also an den Minenplatz komm ich auch noch dran Jetzt haben die nämlich alle Bedürfnisse erfüllt So Und theoretisch, wenn die jetzt schlau sind, können die sich upgraden Aber das deaktiviere ich erstmal, weil ich meine Werkzeuge brauche Die Werkzeuge brauche ich nämlich dann später dafür, um Werkzeuge herzustellen Was irgendwie komisch ist Obwohl ich die noch gar nicht mehr herstellen kann Das muss ich doch erstmal upgraden So, zwei davon, hier nochmal ein Fisch hin Zack, da poppt auch gleich so ein Fischerboot raus Wenn man da natürlich dann so geboren stellt Oh, jetzt habe ich fast kein Werkzeug mehr Wenn die mal upgraden wollen Da habe ich jetzt ein bisschen viel angebaut So, wenn man die upgraden kann, dann erscheint ein grüner Pfeil Sag mal Dann kann man die für ein Werkzeug upgraden Sag mal Bist du mir schon mal einen Schritt voraus? Das war zwar nicht mein Plan, aber ich wollte halt Werkzeuge herstellen, deswegen Ja, das ist clever Ich muss noch auf Tee warten, wir haben noch keinen Tee hier Und ich sollte Werkzeug kaufen Um Werkzeug herzustellen, brauche ich drei Materialien gleich Eine Eisenmine, Kohlemine und einen Schaufelbagger Aha, Schaufelbagger Ja, ganz wichtig Schaufelbagger habe ich schon, deswegen brauche ich nur noch eine Erzmine Aber dafür habe ich zu wenig Werkzeug Und für Werkzeug muss ich messbarerliches anliefern lassen Das dauert eine Ewigkeit Also für deine Schnapsbrennereien ist das doch voll unpraktisch Weil du machst ja die Eko-Bilanz immer weiter kaputt Und dann arbeiten ja die Felder da immer schlechter Hier diese Reisfelder da Das ist eigentlich egal Die haben, ähm, ich bin bei minus 40 Eko-Bilanz und die arbeiten zu 100% Was? Ja Die Destillerien hier Ja Der Reis wächst bei so, also, pfff, das ist ja unglaublich Das ist, das ist Global Trust, deswegen liebe ich diese Fraktion Ah, also wenn ich jetzt hier Reis baue, dann brauchen wir die Öko-Bilanz, damit die vernünftig wachsen Ganz klar, das ist genmanipulierter Reis, aber das sieht man schon, er ist auch ungesund hier Wenn man da mal ranzoomt, das sieht ganz ungesund aus, sieht man schon Ah, die Menschen sehen aber auch ungesund aus Ne, hier, guck mal, das sieht, das sieht, das sieht hier, wenn man den mal hier ins Gesicht sieht, hier, das Kind, hier, zack, direkt verseucht Die Leute hier in den Kinderwagen, also die Babys in den Kinderwagen, sieht man schon, ja Ne, 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 ne So, und dann kann man mal hier gucken, hier, ah, guck mal Ah, hier Bäume, weißt du, da hat jeder einen schönen grünen Baum im Vorgarten Ja, hier, die Leute hüpfen ganz fröhlich, ja, das ist schon ein ganz anderes Klima hier in der Stadt, ja Hier, so ein bisschen Wasser Ja, das finde ich toll Ah, das ist einfach wunderschön hier Muss ich nicht mal warten Deswegen Die Ebeninitiative, wunderschön Ja, wunderschön Ja Ich finde die, glaube ich, was besser So, kann ich jetzt auch endlich mal ausbauen Ich habe die Steuern immer noch oben gehabt Wird dir nicht erlaubt Jetzt kaufe ich mir erstmal Werkzeug Danke, Mr. Thorne Ich muss jetzt euch dann auch erstmal angefallen lassen So, ja, apropos Wo baue ich denn das an? Ich brauche zwei Jetzt brauche ich noch mal Häuser Hier ist ein Minenplatz, da ist ein Minenplatz und da ist ein Minenplatz Man braucht zwei Minenplätze, ne? Kohle und Eisen Ja, das ist vielleicht nicht schlecht Also du nicht unbedingt, aber halt andere, die das auf vernünftige Art und Weise machen Auf gesunde Art und Weise Ach, gesunde Art und Weise, was lavaschen du Gesunde ist minus 40 Ökobilanz Ja, ich habe schon minus 2 Ich weiß gar nicht woher Was ist mit deiner, was ist mit deiner Bilanz? Schon plus 116 Plus über 9000 Aha, okay Möchte ich noch nicht drüber reden Wusstest du, dass ein Kohlekraftwerk 60 Energie erzeugt? Toll, wusstest du, dass ein Windkraftwerk 15 erzeugt? Ist das nicht toll? Ja, das ist ganz große Klasse Ich habe eins stehen und kann einfach, ich kann die von nebeneinander stellen und die stören sich nicht Super Richtig Produktions Fehlende Gemeinschaft Ja, hier, zack Das kann ich aber auch mal Werkzeug bauen So, hier Werkzeug Eisenmine, Kohlenmine und dann Eisenschmelzer und dann kann man hier Werkzeug machen So, ich würde sagen, wir fangen hier jetzt mal mit Kohle an Kann hier mal Kohle aus dem Berg geschaffen werden Und hier drüben an dem Depot, habe ich natürlich taktisch clever gebaut, können wir hier Eisen hinsetzen Ach, die haben keine Verbindung zum Stadtzentrum, jetzt verstehe ich warum Aha, so behandelst du deine Leute? Ja, das ist wichtig So, jetzt halten die einen schönen breiten Weg Jetzt geht nämlich auch das Wäre das ein bisschen grüner, wäre das schön Weißt du, jedes einzelne Wohnhaus mockt einfach Überall kommt irgendwas Qualmendes raus Einfach alles am Dampfen Global Trust So, wenn man dann hier mal guckt Ja, weißt du, bei mir hat jeder einen Baum im Vorgarten Bei mir hat jeder Abgase im Vorgarten Ja, das ist auch schön Pflanze Abgase an Ja, das ist auch schön Ja, haben deine dort auch fliegende Autos Nee, gell, hier sind ja nur dicke Frauen, die hier rumlaufen Ah, jetzt fängt sie an zu rennen, ach du großer Gott Da fängt der Giftgas-Container verrücken Nehmen wir mal im Ernst, bei dir fahren gar keine Fahrzeuge rum, kann das sein? So bei den Tycoons Bei den Echoes siehst du ja von Anfang an hier irgendwie so fliegende Autos rumheizen Fliegen wir die schon welche? Ja, stimmt Ja, da fliegen schon Autos rum Bei dir dümpeln die nur rum, die dicken Leute, die kullern da auf die Straße Okay, das ist gemein Das kriegen die schon noch gebacken Das kriegen die schon noch gebacken Lässt ja nicht über meine Leute, ich hab 21.000 Cash Oh, das ist mehr als ich hab Ja, weil ich plus 153 hab Das ist nett, ich hab plus 64 Ich hab jetzt plus 169 Ich bin noch, ich bin die Spätzünder, das kommt noch, ja Mr. Thorn, was erzählten der mir hier? Was war das denn? Ich weiß mal, wie ich mit Global Trust bin, Alter Ja, muss erst mal gehen Ja, wir müssen uns noch warten Oh, sechs Minuten Okay, die können doch auch einfach mal hier ein bisschen mehr Geld zahlen, während die nicht ausbauen Ich bau einfach durchgehend Häuser Also, wenn du nicht mehr Geld production und die nicht mehr Geld zahlenst successfully Ich hör alles zum Wochenende Ich bin jetzt halt so, bei mir ganz oben Und jetzt kann ich mich noch nicht über das Ganze Und jetzt ist das Ganze Wenn du nicht mehr Geld zu tun Ich bin jetzt eh nicht mehr Geld Also, wenn du nicht mehr Geld